Hallo liebe Chemieinteressierte, herzlich willkommen zum Video Lewis-Formeln Teil 4. In diesem Video werden wir die Lewis-Formeln von drei Molekülen entwickeln, die mindestens drei Atome enthalten. Zu den Lernvoraussetzungen. Ihr solltet die chemischen Symbole kennen, wie zum Beispiel O für Sauerstoff, H für Wasserstoff und F für Fluor. Außerdem solltet ihr bereits mit dem Periodensystem der Elemente PSE gearbeitet haben. Kommen wir zum ersten Beispiel. Unser Molekül besteht aus drei Sauerstoffatomen. Das Symbol für Sauerstoff ist O. Wir schauen im Periodensystem der Elemente PSE nach und finden. Das Symbol O in der sechsten Hauptgruppe. Das bedeutet, dass ein Sauerstoffatom sechs Außenelektronen besitzt. Wir ordnen nun die jeweils sechs Außenelektronen an den einzelnen Sauerstoffatomen an. Die Oktettregel ist nicht erfüllt, denn ein Sauerstoffatom hat nun einmal nur sechs Außenelektronen. Wir haben gelernt, dass die Oktettregel durch die Ausbildung gemeinsamer Elektronenpaare erfüllt werden kann. Das geschieht auch mit den drei Sauerstoffatomen unseres Moleküls. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com